Nachdenkseiten. Die kritische Website. Vasallenkanzler und deutsche Vasallentreue. Nichts verstehen mit den Öffentlich-Rechtlichen. Ein Kommentar von Markus Klöckner. Ist Olaf Scholz ein Vasallenkanzler? Sarah Wagenknecht hat den Bundeskanzler so bezeichnet. Für Karin Mioska ist das offensichtlich ungeheuerlich. Mehrmals ist die ARD-Moderatorin bei ihrem Gespräch mit der BSW-Politikerin auf den Begriff herumgeritten. Dabei hat sie unfreiwillig gezeigt, die Entkernung des Journalismus kommt bei dem milliardenschweren öffentlich-rechtlichen Rundfunk immer deutlicher zum Vorschein. Sarah Wagenknecht hat Olaf Scholz als Vasallenkanzler bezeichnet. Und fragt da jeder politisch einigermaßen auf dem Boden der Realität gebliebene Bürger, wo ist das Problem? Das Problem liegt darin, dass weite Teile des öffentlich-rechtlichen sogenannten Journalismus nicht wahrhaben wollen, dass Weltpolitik ein überaus dreckiges Geschäft ist. Die Sphären der Macht und Einfluss kommen bei ihnen im Wesentlichen nur in einer völlig verniedlichten, eindimensionalen Form vor. Dass die USA etwa versuchen könnten, im Sinne ihres Hegemonialmachtanspruches, andere Länder zu kontrollieren, verbietet sich im Denken des öffentlich-rechtlichen Journalismus geradezu. Da ist auch ein Abhören unter Freunden längst vergessen. Und sollten anständige Haltungsjournalisten hören, dass der Begriff Vasall gegen einen Kanzler verwendet wird, dann kann es wohl nur ihre Pflicht sein, das zu tun, was sie ohnehin tun, die Politik in Schutz nehmen. So betrachtet liegt es nur nahe, dass zur Primetime des öffentlich-rechtlichen Polit-Talks der Begriff Vasall den in Anführungszeichen kritischen Journalismus aktiviert. Folglich fragt Miosga Wagenknecht, unter welcher Knechtschaft steht Olaf Scholz angeblich? Wagenknecht sagt, der Begriff beziehe sich darauf, dass Scholz, Zitat, mal ebenso am Rande eines NATO-Gipfels mitgeteilt hat, dass demnächst in Deutschland US-Raketen stationiert werden sollen. Das ist eine sehr gefährliche Entscheidung für Deutschland, weil das sind keine Verteidigungswaffen, das sind Angriffswaffen und die bringen uns erst recht in das Zielfernrohr russischer Atomraketen, Zitat Ende. An dieser Stelle sollte es selbst Journalisten mit Blickschutz einleuchten, dass das Verhalten der Bundesregierung viele Fragen hinterlässt. Ist der Begriff Vasall tatsächlich so einfach von der Hand zu weisen? Miosga zeigt Begriffsstutzigkeit. Darf ich nochmal fragen, wessen Vasall ist Olaf Scholz? Vermutlich rutschen bei dieser Frage sogar schon politisch eher unbedarfte Zuschauer auf dem Sessel vor und zurück und fragen sich ironisch, na, wessen Vasall mag Scholz wohl sein? Der von Burkina Faso? Von Costa Rica? Wird es nun spannend? Wagenknecht beantwortet, wie immer mit stoischer Gelassenheit. Selbst Fragen, die allenfalls in ihrer intellektuellen Unreife durch eine eigene Qualität bestechen, Zitat, Diejenigen, die ein Interesse an diesen Raketen haben, sind die Vereinigten Staaten. Die Raketen sind ja auch offiziell dafür da, die nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu verteidigen. Dass ein Bundeskanzler eine solche Entscheidung abnickt, kein anderes europäisches Land stationiert solche Raketen, finde ich wirklich empörend, Zitat Ende. Der Zuschauer mag aus einer Mischung aus Mitleid und Fremdscham hoffen, dass es nun bei Miosga Klick macht. Hat es die Frontfrau der deutschen Politdiskussion nun verstanden? Doch auch Wagenknechts weitere Ausführungen reichen Miosga nicht aus. Sie würden ernsthaft behaupten, Olaf Scholz ist der Vasall der Vereinigten Staaten, hakt Miosga nach. Wagenknecht holt daraufhin nochmal aus, spricht das Verhalten zu Nord Stream an. Wir erinnern uns, Biden sagte auf einer Pressekonferenz im Beisein von Scholz, dass Mittel und Wege von Seiten der USA gefunden würden, um das deutsch-russische Energieprojekt zu einem Ende zu bringen. Scholz, als Kanzler der Bundesrepublik, steht da und sagt, nichts. Miosga ignoriert Nord Stream. Ihr fällt zu Wagenknechts Aussage nur eine Belehrung in Sachen Sprache ein. Im Gestus einer Oberlehrerin sagt Miosga zu Wagenknecht, das Wort Vasall insinuiert, dass Deutschland kein souveräner Staat ist. Dem Kommentator dieser Szene drängt sich ein Verdacht auf. Der Begriff souverän ist für die von augenscheinlich viel Überzeugung getriebenen Moderatorin zu schwer. Die Komplexität und Vielschichtigkeit des Ausdrucks in dem veranschlagten Rahmen erfordert die Analysereife, Länder nicht nur als isolierte Einheiten, sondern als Interessenssphären und Spielräume außenpolitischer Machtpolitik zu verstehen. Sich mit dem Begriff souverän auf jener Ebene auseinanderzusetzen, auf der sich dieses Interview des ÖRR bewegt, heißt zu erkennen, Es gibt das Formale und es gibt das Faktische. Und zwischen dem Formalen und der Faktischen Ebene liegen Macht, Geo und Tiefenpolitik. Der französische Soziologe Michel Foucault benutzt im Hinblick auf die Grenzen des im öffentlichen Raum Sagbaren die Formulierung Diskursive Polizei. Vereinfacht ausgedrückt, Foucault wusste, dass auch in demokratischen Gesellschaften sehr schnell die Sprachpolizei einschreitet, wenn Akteure auf den großen Bühnen der politischen Diskussionen das sogenannte Falsche sagen. Mioska agiert als Sprachpolizistin. Haltekelle in der Hand und die Anweisung an Wagenknecht sofort rechts anhalten, wobei rechts anzuhalten gar nicht gut ist. Wagenknecht hat also ein böses Wort gebraucht. Wasall. Das passt nicht in die Wahrheit des Qualitätsjournalismus unserer Zeit, der sehr viel Kraft dafür aufbringt, die Öffentlichkeit glauben zu machen, die USA würden keinen Einfluss auf Deutschland nehmen. Mioska versucht, Wagenknechts Aussage zu skandalisieren. Und damit dokumentiert sie, wie intellektuell ausgehöhlt das Niveau im Mainstream-Journalismus mittlerweile ist. Wasall. Da gilt Empörung. 1997 war im Spiegel übrigens noch unter der Überschrift, die Treue des Vasallen Folgendes zu lesen. Stattdessen rechnet auch Clinton lieber fest mit deutscher Vasallentreue in allen wichtigen Fragen. Weitere Beispiele hat übrigens Norbert Hering aktuell in einem im Schrifttext verlinkten Artikel aufgeführt. Deutsche Vasallentreue. So steht es im Spiegel. Auch wenn seitdem schon bald drei Dekaden vergangen sind. Mioska war damals alt genug, um den Spiegel gelesen zu haben. Gerade von einer der bestbezahltesten Journalistinnen des Landes darf man erwarten, dass sie Begriffe wie souverän oder vasall herrschaftskritisch durchdeklinieren kann. Doch an den Journalismus unserer Zeit hat man heute wohl besser gar keine Erwartungen mehr. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.